Ja, da war er zur Stille, ist ja gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing. Vadi kann's machen! Da passt der Klasse auf. Gefährliche Szene. Aus großer Distanz, ich glaube, das wird nichts. Den Ball abgewehrt und festgehalten, klasse gemacht. Bail. Da ist Platz auf dem Flügel. Wird Abschluss geben jetzt. Er holt sich vorne den Ball. Die Chance jetzt. Chance lebt noch. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Jetzt könnte die Chance entstehen. Vadi. Vadi macht das Tor. Und auch, das war wieder so eine tolle Aktion. Da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. Hier steht es. 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt will er ihn den Ball abnehmen. Jetzt der Vorstoß. Da ist der Schuss. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Gute Aktion. Der Ball ist drin. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Jetzt kann die Flagge kommen. Und nun ein Schuss. Und da ist das Tor. 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 Da kommt noch mal die Wiederholung. Ja, der hat natürlich haargenau gepasst. Tolle Aktion. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Das sieht vielversprechender aus. Was macht er draus? Phänomenal. Ohne Worte. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht es 5 zu 0. Klasse mit der Hacke. Guter Pass. Das könnte Chance werden. Da kommt der Schuss. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal. Er ist ein hechtender Klassik-Keeper. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Oh, da geht ja volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Da wäre Platz für einen Konter. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Immer schön, wenn so ein Lupfer ins Tor geht. Mit ganz viel Gefühl, ganz viel Auge. Ja, ihr seht's hier. Er ahnt die Chance, sieht die Lücke. Ist ein klasse Treffer. Ja, zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6 zu 0. Den spielt er gut, aber nicht gut genug. Jetzt ist der Ball weg. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Mardi kann's machen. Mardi kann's machen. Klasse Volley. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Da kommt die Wiederholung noch mal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Ich darf gerne nach der Pause noch ein bisschen spannender werden. Und damit 5. läuft er die zweiten 45 Minuten an. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. Da kann er sich den Ball holen. Ja, guter Steilpass hier. Da macht er ihn rein. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Oh, der ist ja durch. Macht das ganz sicher. Jetzt müssen sie aufpassen. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Mundparteiischen. Gute Aktion. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Jetzt die Flanke. Ja, sie können erst mal klären. Sie versuchen es. An die Latte. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Kein Tor in dieser Szene. Wir haben es gesehen. Und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Ball ist weg. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Wadi. Jetzt die Hereingabe. Ball kommt an den langen Pfosten. Da ist er da und hat die Flanke. Kann er was draus machen. Erst mal abgeblockt. Volley genommen. Unglaubliche Parade. Es wird jetzt hier gewechselt. Der Ball kommt rein. Da ist der Ball erst mal raus. Wiedmer. Jetzt können sie flanken. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Keine gute Aktion. Deswegen hier der Pfiff. Und er schickt ihn nicht runter. Riesenglück. Ja, da dürfte er selbst überrascht sein. Jetzt muss er aber höllisch aufpassen. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ball kommt rein. An Saluminium. Da passt er auf. Ball geklärt. Sie kämpfen um den Ball. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Da setzt er sich gut durch. Der Lupfer jetzt. Der Lupfer. Der Lupfer. Klasse Treffer. Ja, das ist schon bitter. In der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Aber darf nicht sein. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Gefährliche Szene. Phänomenal. Ohne Worte. Der Gegner kann Ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Jamie Vardy. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gebt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Macht er gut. Balleroberung. Toller Pass. Jetzt könnte was entstehen. Fällt das Tor doch noch. Was für eine Technik. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob Sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Nur noch der Torwart vor Sie. Wie macht der D denn rein? Sie liegen deutlich vor. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Unaufhaltsam. Sieht nicht ungefährlich aus. Da kommt der Lupfer. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist erst mal rausgespielt. Und die letzten zehn Minuten sind hier angebrochen. Was für ein Tor. Ein überragender Schuss. Da hat alles geklautzt. Und es ist auch ein Torwart.